Wir sind jetzt hier bei Kim und Jessie und schaut mal, sie sind die Gewinner vom Köstritzer Edelpilz-Paket und da schauen wir jetzt mal rein, was sich da so schönes drin verbirgt. Dann, Jessie, du darfst. So ein bisschen wie Weihnachten, oder? Ja, genau, wie Weihnachten und Ostern zusammen. So, da ist erstmal eine Menge Pappe drin. Ah, was haben wir hier? Eine Grillschürze, eine Köstritzer Grillschürze. Auch sehr schick. Perfekt für den Mann am Grill. Oder grillst du? Wer grillt denn bei euch? Die Männer. Nein, nein, die Männer grillen. Die Männer. Ja, natürlich. Komm mal hier. Gläser. Weiß wir noch nicht hier. So. Einmal schöne Köstritzer Gläser. Sechs Stück sind's. Da müssen wir bitte welche ausladen. Nur die sechs engsten. Genau. Eine Salz- und Pfeffermühle. Falls die Wurst nicht genug gesalzen ist, oder was? Genau. Einen Grillspieß für die Leute, die Gemüse möchten auf dem Grill. Das lebt. Ein Köstritzer T-Shirt. Das müssen wir gleich anziehen. Du hast da zwei Edelpilz drauf, natürlich. Und ganz leckeren Senf von Köstritzer Edelpilz. Der wird dann am Freitag aufgemacht, schätze ich. Natürlich. Sehr gut. So, wunderbar. Ja, da ist doch einiges drin in dem Paket. Ich denke, da kann man sich freuen. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Auf alle Fälle, wir freuen uns. Und dann von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch zum Paket. Dankeschön. Danke. 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 Danke.